Hallo und herzlich willkommen zum Trading Podcast der Sparing Academy. Hier ist euer Host Oliver Sparing. Hallo und herzlich willkommen zur Börsenschule, dem Trading Podcast der Sparing Academy. Wir freuen uns wieder hier zu sein. Sommerpause ist vorbei. Wir hatten ja vor zwei Wochen schon mal eine tolle Folge mit Stefan Fröhlich. Falls ihr sie noch nicht gehört oder gesehen habt, schaut auf jeden Fall mal rein. Es gibt Neuigkeiten zur Verlustverrechnungsbegrenzung und Stefan sieht das Ganze natürlich aus Sicht eines Brokers. In diesem Sinne bitte nicht die erste Folge der neuen Staffel verpassen. Wir beiden sind mittlerweile wieder zurück zu Hause in Dubai. Wir waren ja zwei Monate lang in Deutschland. Werden das nie wieder so lange machen? Es war wirklich viel zu lang. Also wenn ihr mal irgendwie vorhabt, Workation oder sowas in der Art zu machen, nach einem Monat, also ich habe nach einem Monat tierischstes Heimweh gehabt. Wie ging es dir? Ja, also vor allem Heimweh nach einem ordentlichen Bett. Wir haben halt schlauerweise einfach ein Airbnb gebucht, weil wir gedacht haben, wir werden ganz, ganz viel kochen. Und das Airbnb, was noch frei war, war 20 Quadratmeter groß und hatte eine durchgelegene Matratze, sodass ich Rückenschmerzen habe bis ins Niemandsland irgendwie. Also von daher, ja. Es war klein, aber fein. Es war super schick wirklich. Es war eigentlich ein echt cooles Airbnb. Aber die Auswahl ist tatsächlich erstaunlicherweise in Hamburg ultra gering, was so Airbnb's angeht. Und wir wollten halt unbedingt was mit einer Küche haben. Machen wir auch nicht doch mal so. Also von daher, auch wenn jetzt Freunde und Familie zuhören, natürlich haben wir uns sehr gefreut, euch zu sehen. Und wir möchten euch regelmäßig sehen. Aber so vier Wochen am Stück, das reicht dann auch. Wahrscheinlich auch für beide Seiten. Ja, definitiv. Nee, aber es ist einfach so, du wirst aus deinem Alltag so rausgerissen. Wir haben hier natürlich unsere Arbeits- und Alltagsroutine. Und so wirklich in Anführungsstrichen Urlaub ist es ja auch nicht. Es ist halt ein ausgedienter Familien- und Freundebesuch und das ist total toll. Aber das, man hat, es sind so zwischen Urlaub und doch normalen Arbeitsalltag. Und das macht es halt so ein bisschen schwierig, muss ich auch wirklich sagen. Also wir gehen natürlich regelmäßig nach Deutschland, aber dann halt in kleineren Brocken. Ja, kleinere Brocken finde ich sehr, sehr gut. In diesem Sinne, wir haben ein, finde ich, sehr, sehr spannendes Thema heute. Wir haben, denke ich, schon öfter mal Podcast-Folgen in einer ähnlichen Richtung gehabt. Es geht uns heute gar nicht so sehr um klassische psychologische Trading, psychologische Aspekte, sondern eher um so einen sozialen Teil im Trading, denke ich. Ich kann euch ja mal vielleicht den Hintergrund erklären, weshalb wir auf die heutige Folge und auf den Namen höher, schneller, weiter, scheiter gekommen sind. Ich hatte vor kurzem mal ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit einem Kunden von uns, der relativ neu in der Ausbildung ist, der aber schon sehr, sehr viel Vorerfahrung hat und ein sehr, sehr spannender Typ ist. Und wir haben uns länger über verschiedene Ausbildungen unterhalten, über Erfahrungen im Trading und sind dann natürlich auch auf das Thema gekommen, wie man so eine Trading-Ausbildung möglichst effizient gestalten könnte. Und weil er selber vorher auch schon in diversen Ausbildungen war und jetzt bei uns ist. Und positiverweise und für uns sehr, sehr erfreulicherweise ist er ein sehr, sehr fähiger Programmierer und hat bereits jetzt irgendwie nach den ersten zwei Monaten, die er dabei ist, ganz, ganz tolle Tools mit in die Community reingebracht, was ich sehr, sehr zu schätzen weiß, wirklich hat auf jeden Fall jetzt schon einen großen, großen Mehrwert für die Community gebracht und ist jetzt auf die Idee gekommen, eine Art vollautomatisierbares Trading-Tagebuch zu entwickeln, was ja irgendwo auch in die Richtung geht, dessen, was wir vorhaben, so auf lange Sicht. Dazu aber später mehr in einer anderen Folge mit René Cliffhanger. Genau. Ja, wir haben, wo du es gerade jetzt ansprichst, wir haben sehr, sehr viel vor. Wir kommen mit einem Sack voller Ideen aus Deutschland zurück, mit einem Sack voller Projekte, die wir jetzt angehen wollen. Aber das soll gar nicht unbedingt Thema unserer heutigen Folge sein. Das werden wir euch dann, wie gesagt, mit René alles in Ruhe erzählen in einer anderen Podcast-Folge. Also zurück zu unserem Gespräch mit unserem Kunden. Er ist jetzt jedenfalls auf die Idee gekommen, ein Tool zu entwickeln, was im Prinzip die gesamten Trades, die man in der Software tätigt, automatisch abgreift, verschiedene Statistiken dazu entwickelt, Metriken dazu entwickelt. Man kann seine Trades taggen und flaggen und kann verschiedene, ja, wirklich Tags dazu hinzufügen, um die dann später zu filtern, nach Systemen, was ich gefiltert habe, nach Trade-Ideen, nach emotionalen Zuständen, in denen wir uns befunden haben, in dem Augenblick, als wir den Trade eingegangen sind. Also alles super sinnvoll. Und sein Gedanke war jetzt so ein bisschen Competition in die Community zu bringen. Er hat vorher schon ein Tool entwickelt, womit wir unseren berühmten Order-Buch-Drill, den wir gerne mal machen, noch aufs nächste Level holen können. Wir haben dann richtig hier so eine kleine Bestenliste und alles Mögliche, was wir demnächst auch noch etablieren wollen. Das wird auf jeden Fall cool. Das ist so ein bisschen, ich bin ja auch Freund von Gamification. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Aber was jetzt so sein Hintergedanke mit der ganzen Sache war? Und ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen, dass er sagt, okay, er ist jemand, er ist sehr ehrgeizig, er ist ambitioniert, er will vorankommen und er ist sich völlig darüber im Klaren, dass das am effizientesten und besten funktioniert, wenn man sich an den Leuten orientiert und mit den Leuten zusammen arbeitet, die seinerseits am besten arbeiten, die meiste Erfahrung haben, die meiste Performance machen etc. pp. So und sein Ziel mit diesem Tool war jetzt so ein bisschen zu gucken, dass jeder quasi seine Statistiken dann in einer Art Cloud hochladen kann, um das Ganze irgendwo miteinander vergleichbar zu machen, um dann zu schauen, was machen die anderen, wie funktionieren die anderen, was machen die anderen für Performances, was machen die anderen für Trefferquoten, CRVs, was auch immer, wie gehen die anderen ans Trading ran, um dann natürlich auch mit dem Hintergedanken irgendwo nicht nur sein eigenes Trading zu verbessern in Form von Statistik, die er dann anlegt, sondern auch natürlich zu gucken, wer sind denn eigentlich so die, ich hasse das Wort wirklich, aber wer sind so die High Performer in der Community? Wer macht tatsächlich die meiste Rendite? Wer ist am effizientesten? So und vielleicht, ich will das Wort vielleicht gleich mal an dich übergeben, so was, was sind so, wenn du diese Idee hörst, so deine ersten Gedanken dazu? Das sind ziemlich weit ausgeholt. Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt so eine Geschichte auspacken. Ich muss sie erstmal verarbeiten, glaube ich. Entschuldigung. Alles gut. High Performer. Also du meinst halt, dass das Streben sozusagen danach, sich mit Leuten zu umgeben, die High Performer sind, um den Wunsch zu haben, selber zu diesen High Performern später zu gehören. Richtig. Okay, ich glaube erstmal, es ist gerade 40 Grad hier wieder in Dubai und wenn ihr es rascheln hört, das ist Candy, unser Kühlschrank, der gerade sehr laut ist und der mich etwas irritiert. Das ist das Erste, was ich dazu zu sagen habe und das Zweite ist, dass ich glaube, dass unsere digital geprägte Gesellschaft ein bisschen, wie Sie es sagen, erkrankt ist. Und was meine ich damit? Ich kann total verstehen, dass man nach Veränderung und Wachstum strebt und diese gängige Meinung auf Social Media ist ja tatsächlich, sich sozusagen an denen zu orientieren, die da schon sind, wo du gerne hinkommen möchtest. Was aber bedeutet, wenn du Menschen danach trennst, die High Perform und die Low Perform, machst du eine Zweiklassengesellschaft statt raus. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, dass du sozusagen einige aufwertest und andere abwertest, auch wenn du es nicht böse meinst. Aber in dem Moment, wo Austausch und wo Lerneffekt stattfindet, ist es immer auf Augenhöhe mit Begegnung, auf ehrlichen Austausch zueinander. Und wenn du nach jemandem strebst, der sozusagen ein High Performer ist und du vielleicht andere Leute meidest, die Low Performer sind, bist du ja in einem ganz merkwürdigen Konflikt, weil du bist genau in der Mitte. Zu den einen schaust du hoch, zu den anderen schaust du runter, auch wenn du das nicht möchtest. Und letztendlich bist du aber in dieser verschobenen, abstrakten Beobachtungsebene ja selber ein Low Performer im Vergleich zu den High Performern. Und somit wertest du dich eigentlich auch im übertragenen Sinne selbst ab. Und das hat tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr, es gibt ja diese ganz berühmte Facebook-Studie. Ich glaube, die Dame hieß Hanna Krasnova und sie hat 2013 eine Studie rausgebracht in einer renommierten Zeitung. Ich glaube, das war das, oh Gott, ich habe es mir notiert, das Journal of Social and Clinical Psychology. Und wo sie genau dieses Prinzip der Selbstdarstellung und der sozialen Vergleiche in Bezug auf Social Media verglichen hat und damit auch festgestellt hat, dass das komplett unseren Selbstwert schadet. Wir glauben in dem Moment, unseren Selbstwert zu erhöhen, weil wir uns orientieren an Leuten, wo wir sozusagen auch das Endziel haben wollen, genauso performen zu wollen. Und gleichzeitig sind wir es aber noch nicht und wehrten uns ab. Und das hat langfristig psychologisch gesehen keine guten Folgen für uns. Ja, ja. Ich habe mir da in dem Augenblick, wo er mir von seinem Plan erzählt hat, viel Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir auch seitdem, seit unserem Gespräch viel Gedanken nochmal zusätzlich darüber gemacht. Aber auch dem Moment kam mir gleich so eine Geschichte in den Kopf, die ich ihm dann auch erzählt habe. Aus meinem, ein Schlag aus meinem Leben. Oh Gott, ich tue mir ein Wasser. Oh, okay. Ähm, nee, das Ding ist ja folgendes. Wir haben ja, wir haben ja, haben ja schon bis öfter drüber gesprochen. Wir haben ja beide Musik studiert und wir haben zehn Jahre lang eine große Eventagentur geführt, waren selber in dieser Eventagentur als Manager und auch als Musiker tätig. Und haben ein großes Team geleitet von insgesamt 64 Leuten, die für uns in Hamburg, München und Wien gearbeitet haben. Und das ist natürlich gar nicht so einfach, so ein Team zusammenzuhalten und zusammenzustellen. Wenn ich jetzt mal in meine Jugend zurückblicke, ich bin Zeit meines Lebens auch schon immer sehr, vielleicht überehrgeizig gewesen. Wenn ich irgendwas angefangen habe, dann immer mit dem Ziel, irgendwie zu den Besten zu gehören und zu den Krassesten und Talentiertesten oder was auch immer. Und wenn ich nicht das Talent mitgebracht habe, dann habe ich mich da irgendwie hingearbeitet, bis ich es hatte. Und ähnlich war es natürlich mit der Gitarre auch. So in meiner, in meiner Jugend, so mit 14, 15, 16. Ich habe, ich habe eigentlich nur Metal gehört. Ich höre heute auch fast nur Metal, aber das ist ein anderes Thema. Und damals war für mich immer so, das, das, um zu quantifizieren, wie gut ein Musiker ist, war für mich einfach immer das Kriterium, wie schnell kann er spielen. Jetzt im Nachhinein macht man vielleicht darüber, aber das war mein, 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 mein absolutes Oberziel im Jugendalter war, ich werde der schnellste Gitarrist mindestens mal aus Deutschland. So und dafür habe ich einfach unfassbar viel geübt. So und dann kam halt das Studium und wir sind damit durch gewesen und nach dem Studium mussten wir uns halt in irgendeiner Form überlegen, was wir jetzt beruflich machen wollen, wie wir jetzt mit der ganzen Geschichte Geld verdienen wollen. Und wir haben uns dann halt dazu entschieden, wir wollen von niemandem abhängig sein. Wir wollen halt diese Eventagentur gründen, unsere eigenen Chefs sein und unser eigenes Ding machen. So und dann ging es eben darum, jetzt Musiker auszuwählen, die wir in diesem Team und für diese Firma rekrutieren wollen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Und an dieser Stelle war ich schon längst nicht mehr an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich suche mir jetzt die Musiker raus, die am schnellsten spielen können. Schon zu diesem Zeitpunkt waren ganz andere Kriterien wichtig, wo wir ja schon professionell waren und wo wir schon Berufsmusiker waren und wo wir schon viele, viele, also zu dem Zeitpunkt habe ich schon irgendwie, als wir damit angefangen haben, habe ich irgendwie schon 15 Jahre Musik gemacht oder so und wusste, was ich tue. Jetzt entzähl doch mal die Kriterien auf. So und je länger wir das gemacht haben, es ist wichtig, die Vorgeschichte ist wichtig, weil je länger wir das gemacht haben, desto mehr ist uns aufgefallen, dass drei verschiedene Kriterien wichtig sind für das Ganze. Erstens, beherrscht ein Musiker sein Instrument und damit meine ich jetzt nicht, kann er am schnellsten spielen, sondern beherrscht er den Job, kann er auf den Punkt spielen, funktioniert er auf der Bühne, liefert er ab. Punkt zwei ist, ist er zuverlässig und kann man gut mit ihm zusammenarbeiten, antwortet er schnell, ist er pünktlich bei Gigs und bei Proben. Und Punkt drei ist, und das ist der entscheidende Punkt, auf den ich hinaus will, ist das ein netter Typ oder eine nette Typin. Einen Stopp, deswegen wollte ich über die Kriterien hören, weil, lieben Gruß nach Deutschland, Basel, ich führe deine Kriterien Nummer vier nämlich ein, das auch für dich so wichtig ist und ich unterstreiche es, komm geduscht. Komm geduscht. Das ist allerdings eher ein Musikerkriterium, aber gut. Nein, und je länger wir das gemacht haben, wir haben letzten Endes, wir haben jedes Wochenende gespielt, manchmal zwei, drei Gigs irgendwie pro Woche und mehrere Bands parallele, je länger wir das gemacht haben, desto mehr ist einem eigentlich klar geworden, dass dieser Punkt drei der wichtigste von uns ist. Nicht Punkt vier, nicht das Duschen. Sondern man verbringt wirklich viel Zeit miteinander, man hängt viel miteinander rum, gerade an Gig-Tagen, man trifft sich morgens um acht, lädt irgendwie die PA miteinander ein, wenn wir die selber gestellt haben in irgendeiner Form, fährt zum Gig, ist den ganzen Tag miteinander unterwegs im Tourbus, baut miteinander auf, macht Soundcheck, spielt den Auftritt, Firmenfeier, was auch immer. Aber so, man verbringt viel Zeit miteinander und letzten Endes ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich nicht gegenseitig auf den Sack geht. Und um das jetzt mal, um jetzt mal den Bogen zu finden, ich habe jetzt sehr weit ausgeholt, aber ich denke, das ist irgendwo eine Geschichte und ein Umstand, der im gesamten Leben unglaublich wichtig ist. Wie wähle ich mir die Leute aus, mit denen ich wirklich was zu tun haben will. Und ich stimme ihnen hundertprozentig zu, wenn ich ihnen irgendetwas besser werden will und Fortschritte machen will, dann ist es immer sinnvoll, sich mit Leuten zu umgeben und an Leuten zu orientieren, die es besser können als man selbst. Sehr klar. Ganz was möchte ich aber trotzdem einhangen, das verstehe ich total, aber es geht halt ganz viel um den Vergleich. Du kannst dich halt nicht mit jemand anderem in der Form dann vergleichen und dann setzt du sie ja unter einem Parameter, genau wie du es jetzt gerade mit deinen drei beziehungsweise vier Kriterien aufgezählt hast, kann der Gitarrist am schnellsten spielen oder performt dieser Trader am meisten, setzt du ganz wichtige Aspekte auf, weil du halt den Fokus auf das vermeintlich Richtige packst. Aber die anderen Aspekte, wenn du das machst, halt einfach ausblendest. Und deswegen ist es total richtig, sich zu orientieren an Leute, wo du auch hinkommen möchtest. Aber A, musst du wissen, wo du stehst und gucken, vielleicht wirst du nicht der schnellste Gitarrist, aber vielleicht kannst du besonders schön, keine Ahnung, was anderes kann man eine Gitarre toll machen, besonders schöne Solis ausdenken oder so. Also wer bist du eigentlich, ist nachher noch eine andere Sache. Also wer bist du, dich nicht zu vergleichen und trotzdem, ja, einfach dich nicht so Scheuklappen aufzuhaben, weil ich glaube, dann nimmst du dir einfach das Potenzial, wirklich zu wachsen. Absolut, ja. Die entscheidende Frage hier ist ja, glaube ich, wie klassifiziere ich das jetzt letzten Endes? Eine neue Klassifizierung brauchen wir sozusagen. Und gerade im Trading ist das, glaube ich, etwas anders als in vielen anderen Aspekten des Lebens, wie zum Beispiel Musik, wo ich dann wirklich gucken kann, unterm Strich, wer spielt besser Gitarre als ich, so. Ich glaube, was im Trading viel, eine große Rolle spielt, ist erstmal das Thema, wie viel Erfahrung hat jemand, wie viel hat jemand schon gesehen, gemacht, mit wie vielen verschiedenen Tradern hat jemand schon irgendwie Kontakt gehabt. Und dann auf jeden Fall der Punkt Nummer drei, den ich gerade angesprochen habe, der für mich einfach mittlerweile das wichtigste Kriterium im Leben ist, mit wem komme ich gut klar, mit wem möchte ich meine Zeit verbringen? Und ich rede jetzt nicht davon, dass man irgendwie Best Friends Forever wird, sondern wirklich, mit wem kann ich mich gut unterhalten, von wem profitiere ich in Bezug auf die Gespräche, die ich mit der anderen Person führe? Mit wem mag ich wirklich gerne meine Zeit verbringen und kann lachen und kann eine gute Zeit zusammen haben? Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. So, und dann ist, denke ich, entscheidend im Trading würde ich nicht quantifizieren, ob jemand ein besserer oder schlechterer Trader ist danach, wie viel Geld er verdient. Und das ist, glaube ich, so mein entscheidender Punkt und meine, ja, meine Konklusio aus dieser ganzen Podcast-Folge. Ich finde es im Trading absolut zweitrangig, und darüber kann man sicher diskutieren, aber ich finde es persönlich absolut zweitrangig, wie viel Geld jemand im Trading verdient. Es macht nicht, oder andersrum, es macht keinen besseren Trader aus dir, wenn du mehr Geld verdienst als dein Nachbar im Trading. Kommt ja auch ein bisschen auf die Voraussetzung an, also wie viel Kapital hast du einfach auch schon zur Verfügung. Also, wenn du natürlich mit wenig Kapital startest und dann da nur ran zu messen, wie viel du unterm Strich halt machst, wird jemandem, der vielleicht ein wesentlich größeres Konto hat, macht das auch in der Form gar keinen Sinn. Also, Profitabilität ist natürlich auf jeden Fall, das ist klar, aber in welchem Maß ist es dann halt wieder auch höchst individuell. Ja, aber es ist ja so, klar, die Kontogröße ist natürlich irgendwie das offensichtlichste Kriterium dafür, wie viel Geld du überhaupt Potenzial hast zu verdienen. Aber wenn man jetzt mal von der reinen prozentualen möglichen Rendite angeht, ist jetzt die Frage, ist ein Trader, der regelmäßig seine 20% Rendite im Jahr macht, ein besserer Trader als jemand, der seine 80% Rendite im Jahr macht. Ich persönlich finde nicht, weil es kommt doch auf, es hat ja so viele verschiedene Kriterien, die da reinspielen. Thema, welches System handele ich übrigens? In welcher Disziplin bin ich unterwegs? Bin ich Swing Trader? Bin ich Day Trader? Ach so meinst du das? Ja. Ja, klar. Also, es macht ja einen Unterschied. Was, 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 was handele ich überhaupt? Handle ich Optionen, handle ich Führersdirektional, wie risikoaffin bin ich? Es gibt Leute, die sind, die können mit Risiko besser emotional umgehen und es gibt Leute, die können es nicht so gut. Es ist eine Frage davon, wie viel Zeit steht mir überhaupt zur Verfügung. So, die meisten sind irgendwo berufstötig und arbeiten 9 to 5. Die werden natürlich, wenn es jetzt explizit ums Day Trading geht, die werden einfach schlicht und ergreifend nicht so viel Zeit haben, wie jemand, der irgendwie acht Stunden davor sitzen kann, haben vielleicht dann nur eine Stunde am Tag Zeit, um sich vor den Rechner zu setzen und einen Trade zu machen. Okay, aber dann verstehe ich das auch, was du jetzt gerade sagen wirst. Wenn du jetzt 80 Prozent oder 20 Prozent, dann würde jeder Außenstehende und ich mir auch gerade in den Kopf gesagt, äh, natürlich. Aber, ähm, wenn wir natürlich sagen, Börse oder Trading ist ein Sport und wir vergleichen hier gerade zwei verschiedene Sportarten wie Schachspielen und Fußball, ist es natürlich klar, dass wir da, dass wir da in anderen, in anderen Disziplinen unterwegs sind. Ähm, das Problem wird halt nur, wenn du dich irgendwie als, äh, Swing Trader vielleicht schlecht fühlst, warum du nicht die gleiche Rendite machst wie ein Day Trader. Oder das ist so ein bisschen, als ob du versuchst, äh, mit, äh, mit Würfeln Schach zu spielen. Das ist dann halt irgendwie schwierig, wenn du versuchst, ähm, Sachen durcheinander zu bringen und dich dann anhand, ähm, von, von diesen Prozenten sozusagen in die Irre führen lässt. Und deswegen meine ich auch so wieder auch höchst individuell, was, was du auch erwähnt hattest, von wie viel Zeit habe ich eigentlich zur Verfügung und, ähm, ja, und, und welche Disziplin handele ich? Das, das verstehe ich dann schon. Klar, aber ich, ich persönlich finde auch, selbst innerhalb von einer Trading Disziplin, finde ich jetzt nicht unbedingt, worum geht's denn letzten Endes in Trading? Das, das ist ja die Frage, die wir uns dann irgendwo stellen müssen. So, ähm, in allererster Linie geht es erstmal darum, Geld zu verdienen, so. Und ihr wisst alle, ihr kennt die Statistiken da draußen, 90, 95 Prozent, wie auch immer, Prozent der privaten Trader verlieren erstmal Geld. Das heißt, wenn du es irgendwie schaffst, erstmal in diesen erlesenen Kreis der fünf bis zehn Prozent zu kommen, die überhaupt Geld verdienen, dann hast du schon so viel richtig gemacht, dann hast du es wahrscheinlich schon so viel hinter dir, so viel Erfahrung gesammelt und so oft auf die Mütze gekriegt und bist dermaßen, dermaßen hartnäckig und ehrgeizig geblieben, um das durchzuziehen, um dieses Ziel zu erreichen. Allein davor muss man schon so viel Respekt haben, es überhaupt zu schaffen, profitabel zu werden. Dass das einfach per se schon mal alles Leute sind, meiner Meinung nach, an denen man sich als Anfänger orientieren sollte. Ähm, egal wie viel Rendite die jetzt machen. Ähm, und dann aber, und das ist der vielleicht viel wichtigere Aspekt, was ich gerade meinte, worum, worum geht's eigentlich im Trading? Warum machen wir das alle? Klar, um irgendwo Geld zu verdienen, logisch, das ist irgendwo das monetäre Ziel, sag ich mal, aber dahinter steckt ja irgendwo der Grundgedanke oder die Grundidee, unser Leben zu verbessern. Trading soll uns in irgendeiner Form einen Mehrwert im Leben zu bringen und uns in irgendeiner Form glücklicher, zufriedener, was auch immer, zu machen. Darum geht's doch letzten Endes. So, und jetzt muss man im Hinterkopf behalten, wir sind alles unterschiedliche Menschen. Jeder tickt anders, jeder hat andere Ziele, Wünsche, Erfahrungen gemacht, jeder, wir sind alle sehr, sehr individuell, ähm, von unserem Charakter her. Ja, so, und was ich jetzt versuche, unseren Kunden auch immer nahezulegen, ist, es geht in der Trading-Ausbildung nicht unbedingt darum, mir jetzt einfach eins zu eins nachzuhandeln, sondern deine Herangehensweise ans Trading zu finden, die zu dir passt, mit der du gut klarkommst, die sich in dein Leben und dein Lebensformat gut einfügt in irgendeiner Form und die dir in deinem Leben einen Mehrwert bringt. So, und es gibt Leute, oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück, in allererster Linie ist, ist glaube ich, gerade Daytrading für die meisten Anfänger erstmal irgendwo ein Stressfaktor. Ja. So, Trading zu lernen ist nicht einfach und Trading zu lernen bringt mit jedem Misserfolg, den man irgendwo durchlaufen muss, wahrscheinlich, bringt das natürlich erstmal irgendwo zusätzlichen Stress. Und diesen Stress, den wollen wir ja mit der Zeit irgendwo wieder abbauen, zurückfahren, um dann einfach irgendwo in so eine Routine reinzukommen, die für uns funktioniert, mit der wir Geld verdienen, mit der wir irgendwie unser Leben in irgendeiner Form verbessern. Und weil wir eben so individuell sind, heißt ja nicht unbedingt, dass dein Konzept von du sitzt acht Stunden am Tag und machst eine Wahnsinnsrendite und bist damit glücklich und zufrieden, dass das auch mein Konzept im Leben sein muss. Vielleicht ist das gar nicht mein Ziel, vielleicht möchte ich einfach nur ein halbes Stündchen oder Stündchen am Tag am Markt sitzen und meinen Eintrade machen und bin dann total glücklich mit meinen 15% Rendite, die ich im Jahr mache. Oder ich will irgendwie Optionshändler sein und mir reicht es, wenn ich einmal pro Woche irgendeinen Einkommens-Trade, sage ich mal, aufsetze und der macht mir dann meine 10% Rendite im Jahr und das ist genau das, was ich will, womit ich zufrieden bin. Bin ich dann ein schlechterer Trader als Kollege X, der jeden Tag von morgens bis abends vorm Rechner sitzt und seine Daytrades abfeuert? Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Auch dieses gerade schneller, höher, weiter, was wir jetzt auch als Titel sozusagen gewählt haben. Es ist immer, Marketing spielt immer mit dem Maximum. Das bedeutet, also wenn du jetzt sagst, ich möchte 5000 Euro am Tag verdienen oder 10.000 Euro, wie viel möchtest du verdienen? Natürlich denn 10.000. Wie viel möchtest du? Ja, ich will Millionär werden in einem Jahr etc. pp. Das bedeutet, man will die ganzen Sachen immer haben, man strebt immer nach dem Maximum, aber man muss sich dann auch selbst fragen, ob das Maximum wirklich, also was konkret brauche ich? Wie möchte ich mein Leben gestalten, dass mein Leben so wie es ist und so wichtig auch verstanden haben, wie du gerade auch erzählt hattest, dass es für mich funktioniert und mich glücklicher macht? Und das ist halt total wichtig. Zudem ist es total wichtig, sich individuelle Ziele zu setzen, anstatt diese inflationär rausgehauten Maximalziele, weil das meistens Endziele sind. Ja, in einem Jahr will ich Millionär sein, dann will ich meinen Ferrari fahren, dann will ich 5000 Euro an einem Tag verdienen. Was ist, wenn du 4999 Euro verdienst? Bist du dann gescheitert? Nach deiner Definition halt schon. Und deswegen sind solche hochgesteckten Ziele oder ich sage nicht hochgesteckte Ziele, sondern Zielformulierungen, die nicht individuell auf dich angepasst sind und ohne sozialen Vergleich, können emotional schädlich für dich sein. Weil du halt im Prinzip, und das ist leider auch deutsche Mentalität, zwei Dinge sind deutsche Mentalität, in England sagst du make a decision, also eine Entscheidung machen, in Deutschland musst du sie halt schon treffen. Also du darfst halt auch nicht daneben zielen. Und das macht einen großen Stressfaktor aus. Und dann ist es in Deutschland auch so, ich kann halt nur von Deutschland sprechen, weil ich dort groß gewachsen bin. Na ja. Also die Etappenziele, die Schritte dorthin, weil du kannst halt Daytrading oder Swingtrading nicht über ein Wochenende lernen, sondern das ist ein längerer Zeitraum und der ist auch arbeitsintensiv, wird dich dorthin bringen, wenn du dran bleibst. Aber neben einem Endziel ist es wichtig, Etappenziele zu haben und vor allem dieses Endziel so zu definieren, ohne sozialen Vergleich, individuell auf dich angepasst. Und wirklich, was bedeutet für dich diese Erleichterung, diese finanzielle Erleichterung, die auch das Trading mit sich bringen wird und soll? Ja. Ja. Auch nochmal eine kurze Anekdote aus dem Leben. Die meisten Prop Trading Floors da draußen haben, oder überhaupt die meisten Trading Floors da draußen, muss ich zwingend Prop Trading Floors sein, haben so verschiedene Räume, in denen dann verschiedene, tatsächlich dann Klassen von Tradern sitzen. So von den Junior Tradern, die halt in ihrem ersten Jahr sind, die halt Anfänger sind irgendwo, die noch nicht so viel Ahnung haben, bis hin dann eben dieser abgekapselte Raum von den Senior Tradern, wo halt wirklich die erfahrenen Jungs sitzen, die eben die achtstelligen Summen am Tag durch die Gegend schieben. So und du kommst dann in diesen Raum rein von diesen Senior Tradern und siehst die Jungs da sitzen und irgendwie ihr Ding machen. Die sitzen dann vor ihren neuen Monitoren da und arbeiten da wirklich wie Maschinen. Und das kommt ja dann wirklich irgendwie, das hat so ein bisschen schon fast irgendwie Großraumbüro-Charakter. Und die verdienen ein unglaubliches Geld am Tag. Das ist für uns oft Normalverbraucher, sondern das ist einfach völlig unvorstellbare Summen, was die da jeden Tag in die Kasse ihrer Firmen reinspülen. Aber ich persönlich, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, nee, auf gar keinen Fall. Das ist nicht das Leben, Geld hin oder her, was ich persönlich führen will oder was ich jetzt, oder das ist nicht das Ziel, was ich jetzt mit diesem ganzen Trading-Projekt hier verfolgen will. Da einmal mit denen zu sitzen, ist spannend, ist cool, aber bin definitiv nicht ich. So und deswegen, was du gerade schon so ausführlich beschrieben hast, ist es glaube ich wichtig, dass man sich einmal Gedanken darüber macht, wer will ich eigentlich sein, was will ich eigentlich mit diesem ganzen Trading-Projekt erreichen und verfolgen, welchen Mehrwert soll mir das im Leben bringen, wie komme ich da hin und dann die alles entscheidende Frage, mit wem will ich diesen Weg gehen? Ja, absolut. Zumal du den Weg ja nur alleine gehen kannst. Also ich glaube, und das ist nicht bezogen auf jetzt auf unseren Kunden, die mir jetzt hier sozusagen als Beispiel genommen haben, sondern es bezieht sich im Prinzip grundsätzlich, ich bin ja in der Marketingwelt ja auch irgendwie zu Hause, dass es grundsätzlich schwierig ist, Vorbilder zu haben und denen nacheifern zu wollen und sozusagen, wenn ich jetzt mich an die und die Person halte, dass ich dann auch genau dahin komme. A, will ich da hin und B, kannst du niemandem folgen, weil du halt alles hoch individuell bist und da wollte ich einen Aspekt noch mit reinfließen lassen, was ich höchstgradig spannend finde. Und zwar, weil du auch immer sagst, das können wir in einer anderen Folge auch nochmal weiter ausführen, aber nur mal ganz kurz einmal angerissen. Die Frage, was glaubst du, wenn du die Augen schließt, wie hoch ist noch deine visuelle Hirnaktivität im Prozent, wenn deine Augen geschlossen sind? Sprich, wie viel arbeiten meine Augen noch weiter? Nein, deine Augen nicht, sondern du hast, wir haben jetzt hier unser Gehirn und hier hinten sitzt der Oxypitallappen und dahinter ist sozusagen das visuelle Feld und da werden visuelle Reize verarbeitet. Wie viele visuelle Reize gehen noch durch dein Gehirn, wenn du deine Augen schließt? Ein Prozent. 90? Ja. Echt? Ja. Bäm. Bäm. Ja, aber es ist nicht krass? Was bedeutet, was in uns vorgeht, also wir machen uns eher ein Bild von der Außenwelt, als das uns die Außenwelt bildlich sozusagen beeinflusst. Was wiederum bedeutet, wenn du jemanden im Trading, weil ich jetzt gerade da drauf bist, nacheifern willst und genau das Gleiche machen willst wie er, kriegst du es eigentlich gar nicht so sehr mit, weil du aus Erfahrungswerten, aus allem Möglichen, ich mache mal ganz gerne dieses Beispiel, wenn wir jetzt diesen Stift angucken, geht jetzt zum Beispiel Information Stift, erlangt mein Gehirn und in mir verknüpfe ich jetzt hunderttausend Mal diese eine Information und projiziere sie wieder nach draußen und sage, aha, das ist ein Stift. Und das Gleiche ist halt auch im Trading, wenn du auf einen Chart guckst etc. pp. mit deinen ganzen Erfahrungswerten, die du halt hast, projizierst du dein Bild auf den Chart. Also genau, dann komme ich nochmal zurück zu dem Aspekt, den du angesprochen hast und zwar Stress. Und wir wollen uns ein Leben ja gestalten, das sozusagen individuell für uns attraktiver ist durchs Trading und weniger Stress im Leben könnte zum Beispiel auch bedeuten, weniger finanziellen Stress zu haben. Deswegen ist Trading ein wunderbares Mittel dazu. Wenn wir uns jetzt hohe Ziele setzen und hier und jetzt aber im Prinzip gestresst sind und unsere jetzige Umgebung, wo wir sind, wo wir stecken, wo wir gerade sind, nicht annehmen wollen, weil wir eigentlich schon im morgendlichen Ich sein möchten, bedeutet das Stress für unser System. Und Stress bedeutet auch wiederum, wenn wir uns das visuelle Feld nochmal zurückerinnern, dass wir unter Stresssituationen Dinge auch ausblenden. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie einen Säbelzahntiger irgendwie siehst, dann ist dein Fokus auf den Säbelzahntiger und auf den nächsten Baum, wie du halt rausgehst. Du blendest das aus, du siehst den Chart halt nicht in voller Gänze, so wie du es halt eigentlich tun solltest. Das ist Punkt eins. Das heißt, Stress reduzieren im Jetzt, damit das zukünftige Ich sozusagen möglich ist. Und am besten machst du das halt mit einer netten Community und mit Leuten, die mit dir den Weg gemeinsam gehen wollen, weil es einfach A, Stress reduziert, B, dich in den Austausch springt. Und Austausch ist immer Lernen und Wachstum und deswegen ist das so großartig. Absolut spannendes Thema. Denn dein Beispiel mit dem Stift gerade finde ich sehr, sehr interessant, was, glaube ich, viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben. Was ich aber auch unseren Kunden immer so ein bisschen vermitteln will, wie individuell die ganze Geschichte eigentlich ist. Du sagst, ich gucke Stift an, Auge nimmt visuelle Informationen auf, dann schießen Hunderttausende von Synapsen in unserem Kopf. Ja. Informationen durch die Gegend projizieren die wieder auf unsere ganz individuelle Art nach draußen. Und dann sehe ich diesen Stift halt als Oliver Sparing und interpretiere diesen Stift als Oliver Sparing. Und genauso passiert es natürlich auch mit Charts. Und deswegen ist Trading einfach so eine individuelle Geschichte, weil jeder irgendwo doch den Chart eben mit seinen eigenen Erfahrungen und seinen eigenen Augen und seiner eigenen Persönlichkeit zieht. Aber wie du schon sagst, das ist nochmal ein Thema vielleicht für eine andere Podcast. Ja klar, aber trotzdem ist es immer noch wieder, man strebt ja immer nach Veränderung und Wachstum. Und gerade Trader, die zu uns in die Ausbildung kommen, wollen ja Veränderung und Wachstum haben. Und deswegen nochmal, guck auf dich selbst, schau, wo stehe ich, wo will ich hin, verabschiede dich von Marketing, maximalen Traumvorstellungen, sondern versuch sie realistisch. Und ich als Marni Arambruch, wie möchte ich mein Leben einfach gestalten und nur du allein kannst den Weg gehen. Weil im Umkehrschluss, wenn du dir sozusagen die High Performer raussuchst und nach denen strebst, ist ja auch irgendwo der innere Wunsch da drin, sich irgendwie an deren Rockzipfel zu hängen, in Anführungsstrichen. Und um halt vielleicht einen Shortcut, den Weg zu verkürzen. Aber nochmal, auch mit dem visuellen Beispiel, geht es halt nicht wirklich, weil niemand die Welt so sieht wie du. Ja, in diesem Sinne, wenn ihr euch eure Community, eure Partner im Trading sucht, dann schaut vielleicht, klar, schaut erstmal grundsätzlich, wenn ihr euch an jemand irgendwie orientieren möchtet, schaut erstmal, verdient der grundsätzlich überhaupt Geld? Das ist erstmal das erste und wichtigste Kriterium, um einen Trader zu qualifizieren und nichts anderes, nicht wie viel verdient er, sondern verdient er überhaupt und was macht er, wie viel Erfahrung hat er und dann viel wichtiger, mag ich den. Das möchte ich gerne mit mir eine Zeit finden. Und was wir natürlich bieten in unserer Ausbildung, und das klingt jetzt sehr werblich, aber das ist tatsächlich auch ein Aspekt, den du kriegst, den kriegst du in der freien Wildbahn hat, schwieriger, weil die durchlaufen hat. Eine Ausbildung, eine Theoriebasis, ein Vokabular, eine Sprache, die wir gemeinsam sprechen. Und das befähigt jeden in unserer Community, egal wo er steht, ganz am Anfang oder ob er schon profitabel ist, weil er schon ganz viele Ausbildungen gemacht hat und ihn noch den letzten Schliff irgendwie braucht, befähigt halt einfach die Leute untereinander auf hohem Niveau zu kommunizieren und dann halt auch diesen ganzen Noise wegzukriegen. Dann fängst du halt nicht an, mit Würfeln Schach zu spielen, sondern du weißt ganz genau, dafür brauchst du Fußball und einen Pinsel. Richtig. Wunderschönes Schlusswort. In diesem Sinne, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch neben den ganzen technischen und psychologischen Aspekten auch ein bisschen die sozialen Aspekte des Tradings im Blick zu behalten, denn die sind, denke ich, auch sehr, sehr wichtig. Mit wem wollt ihr euch da so umgeben? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns dann, wenn ihr mögt, sehr gerne in zwei Wochen wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Fragen, Themenvorschläge oder Wünsche? Besuche uns auf www.sparing-academy.com. Dort findest du auch unseren kostenlosen Trading Persönlichkeitstest, den Börsen Crashkurs und Informationen rund um unsere Ausbildung und Trading. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Eure Sparing Academy.